Hier ist Gartenvideo.com, mein Name ist Markus Koblik und unser Thema heute live von der Chelsea Flower Show, das Royal Hospital in Chelsea. Die Chelsea Flower Show findet auf dem Gelände des Royal Hospitals statt und das ist nicht ein Spital, wie man meinen könnte, sondern ein altes Heim für Verletzte oder eben alt gewordene Soldaten, Veteranen, ein Veteranenheim. Das ist eine sehr schön gebaute, jahrhundertealte Institution, martialisch, wie es sich für England gehört. Und zur Beschäftigung der Pensionäre hier gehört eben auch das Garten im täglichen Leben. Und da ist natürlich die Chelsea Flower Show der Höhepunkt des Jahres und sie prägen auch mit ihren roten Uniformen die Pensionäre das Bild der Chelsea Flower Show. Und das haben Sie hier und abzielen.